Ich gewöhne mich so langsam an den Nintendo Switch Pro Controller für Mari 64. So langsam. Ist eigentlich ganz okay. Ist eigentlich ganz okay. Badum, Badum, Badum. Hier gibt es sicher auch Red Coins. Höchstwahrscheinlich. Oh my goodness, ich habe gefehlt. Komm ich noch raus, please. So, wir brauchen den Switch. Dann können wir uns... Du blüder Sack! Diese gehen nach Hassig. Beautiful! Yes! We got the medal, Mario! Vegeta Online, welcome back! Danke dir für 23 Monate, fast 2 years! Vielen Dank für deine tolle Unterstützung, du geiler Beer! Danke dir! Mach dir sehr viel Spaß bei uns, mein Lieber! Dankeschön! Ist es mir nicht normal, dass mich die Tage bei... Kräger! Danke! Danke! Los! Lauf! Da miss! Laufen durch den Strudel! So! лайk! Drauf! nível du. Ja, GG! G-Stampfattacke wieder, gut gemacht, Holy! Oh Gott, bin ich langsam! Äh, äh... Okay... Ich hab nicht grad viel Zeit dafür. Hm, what? Alles klar, gibt's immer noch so'n Block oder so in der Nähe? Ah, alles klar! Hup! Ja, let's go! Oh, war das damn close! Huuuuh! Aber wir haben's. Hey, Joe, ich krieg jetzt was von dir! Am Beginn der Welt war... Du kannst dir beliebiger bla 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 und du kannst dich noch bla 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 machen. Okay, alles klar. Kenne ich mich aus, danke Toadbrot! Danke fürs Blank, danke Toadbrot! Mega nice! So, wie sieht's aus? Bobbom fertig! Wump fertig! Piratenbucht Panik fertig! Biberberg Bob fertig! Big Boos Burg! Oh Gott! Oh Gott! Buuuuh! Geh auf Geisterjagd! Geh auf Geisterjagd! Oh, ich weiß was das ist! Da gibt es, glaub ich, diese speziellen Geister, die man töten muss und wenn man alle getötet hat, dann geht unten oder so... Ich weiß nicht mehr, egal. Wir werden sehen! Äh, wir gehen einfach durch alle Türen und beobachten alles und gucken alles an und töten alles! Wir töten alles! Das werde ich meinem großen Bruder erzählen, dann kannst du aber was erleben! Genau! Genau die besiegen, genau die! Erzähl das deinem großen Bruder! Oh Gott! Ich liebe diese Welt! Boah, wie ich klein war, ne? Ich hab so Angst gehabt in dieser Welt! Ich hatte richtig Schiss! Ohne Witz! Wir könnten hier eigentlich die 100 Münzen gleich mal sammeln! Wenn diese kleinen Geister da sind, die geben ganz gut, äh, Money! Finde ich! Kann man gleich mit kombinieren irgendwie! Okay, jetzt haben wir was freigeschaltet! Aber ist egal! Denn wir suchen weitere Coins! Und das Klavier! Oh ja! Das Klavier! Da hab ich mich auch so oft erschreckt! Oh! So kommt man an diese... So kommt man an diesen Stern! Hahaha! Alles klar! Jetzt weiß ich wie die Casual-Variante ist! Äh, ich liebe das! Oh... ... Äh! ... ... ... ... ... ... ... cool, da ist auch noch einer, geil. 71, sehr schön. Ja und ich kann auch, ich kann auch kaum das neue Monster an der Warten, oh ja, oh ja. Okay Beers, we got it. Ich freue mich auch schon so sehr drauf. Das Boo-Hoo-Gebiet war gar nicht so schlimm mit den 100 Coins. Das war voll okay. War gar nicht so schlimm. So, jetzt besuchen wir König Boo. Und dann auf zum nächsten Star. Oder den großen Bruder halt hier. Besuche Big Boo's Karussell. Ah, das Karussell. Ich glaube, das ist sogar hier unten. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ich hab nix mehr zu trinken! Ja, damn! So, wo sind die Red Coins? Eine ist hier, das weiß ich. Oh my goodness gracious. We got the red coin number one. Number one red coin. Red coin number two. That is number three. Wooshy woosh. Here we go. Wie viele coins? Ah, okay. We got it. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das grosse Auge. Der grosse Augenboss. Und dann sind wir auch mit Boos schlossfähig. Geht ja voll ab, ist ja fast schon so wie ein Speedrun Beards. Oh, let's go. Oh, der Stern ist ein bisschen weiter hinten. Perfekt. Boos Schloss ist auch fertig. Das können wir abhaken. Beautiful. Beautiful! Vielen Dank.